Pkw und eine Meldung aus der Schweiz A2 Ehh ha 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 I won't back Heeeeyyyy I won't back down BLEEEEY I won't back down BLEEEEY I won't back down The horse and the clown Is it bringing you down Not you bastard BLEEEEY I won't back down We did everything we wanted, now I'm on the outside You have to be beaten up Before you're tender enough In a moment of a dream I know the night is not as soon as we see I must believe in something, so I'll make myself believe in that None, never go, oh ho They say you have to be beaten up Bayerischen Feuilleton, kurz nach acht, Bayern zwei In attesa di un'ora e mezza per raggiungere You've been running away What you don't understand Bayerischen Feuilleton, kurz nach acht, Bayern 3 Bayern 3, Bayern 3, Bayern 3 Bayern 3, Bayern 3, Bayern 3 Die Temperaturen liegen, das gilt jetzt für ganz Bayern, zwischen 17 und 23 Grad. Schnell informiert, sicher unterwegs. Bayern 3 Verkehrsupdate. Hallo zu euch. Im Interview sagte Selenski auch, dass... 50 Rhein-Böllenberg. 70 Höhe Badstaffelstein. Und zwar verhindert werden, dass die Unterstützerländer in den Krieg hineingezogen werden. Und höher gelegene Stockwerke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 In der Nähe einige Schauer und örtliche Gewitter, im Norden dagegen trocken, 14... Untertitelung des ZDF für funk, 2017